aber am nächsten mal kann ich so gut basteln ich hätte jetzt fast ein medikit benutzt um mich voll zu heilen und jetzt sehe ich dass es vielleicht gar keine dumme idee war das nicht zu tun stein ist voll ist okay hier ist auch alles voll das ist doch super muss ich jetzt hier hoch ja das macht die ellie alleine mal sehen wo wir landen ich würde sagen auf dem aufzug das sieht nach durchgang aus ok auf damit irgendwie klar hier geht's gut alles ok du hast mich zu tun erschreckt ich gehe wieder runter ok nein bleib da oben ich komme auch zu dir ich versuch's ok wohin jetzt weil ich zu einer irgendeine treppe nach oben steigt das wasser ne ne oder nein ok schon das wasser würde steigen man hätte ein bisschen man müsste sich ein bisschen beeilen ich glaube da hinten war ich noch nicht ich hasse das zu teilen ich weiß ne habe nicht die 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 ich muss irgendwie das tor umgehen das tor musst du umgehen ich verstehe heute muss er irgendwie hoch hier gibt es leider nichts justin sieht sich gerade foresters so 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 Ich muss also irgendwie das Tor umgehen. Da muss ich nach oben. Warum bin ich jetzt hier runtergegangen? Ich muss auch hier runtergefallen. Ich komme hier nicht mehr weiter. Weil man auch im Wasser nicht durchsehen kann. Das ist doch so doof. Schön, dass der Hinweis mir hier angezeigt wird. Das ist ja ganz schön installiert. Ich war eigentlich nur auf Justin und auf dich. Also, Justin erstmal nach dem Essen. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich würde es zu dritt spielen. Verdammt, gesporen. Hab ich das Tor jetzt umgangen, ja. Alles klar. Und das? Oh, Mist! Oh, Mist! Oh, Mist! Oh, Mist! Oh, Mist! Oh, Mist! Ué, come di! Oh, Mist! 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 Fuck, Hamsen! Ah! Was ist das? ich hasse solche passagen warum muss das immer so extrem übertrieben sein wenn die entwickler sich da cool oder was alle benutzen weg halten das spiel ist für sowas nicht gemacht die steuerung ist einfach zu triege hat das spiel entwickelt ja naughty dog wer denn sonst natürlich wird sie aufgehalten Äh, funktioniert nicht. Muss eine Schlüsselkarte, oh ne, oh ne. Diese Passage machen ein Spiel beschissen. Ich hatte gerade Spaß und jetzt habe ich keinen Spaß mehr. Oh, beklemmende Atmosphäre, muss ja laufen. Fick dich. Ich habe doch, natürlich sind die auch zu schnell. Ach, warum ist hier sofort da? Arschlecken. Ich mag solche Passagen einfach nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute sowas immer feiern. Sowas müsste doch eigentlich geschandet werden, ey. Brands nicht sammeln, da kommen Viecher. Dann hast du da einen, der noch so viel aushält. All diese Sachen machen keinen Spaß. Machen sie wirklich nicht. Oh Mann, warum? Oh, natürlich. Warum immer? Es reicht doch diese, es reicht doch diese eine verfickte fette Hörensohn. Kein Wichs-Wichs-Dock, ey. Naughty-Dock. 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 Wie eine Mutterfick. Naughty-Dock. 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 Kommen wir doch von allen Seiten, ne. Weiß zwar nicht woher, aber... Wir müssen uns wiederholen. Also doch vergessen. Vielen Dank. Oh, 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 oh. Was? 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 Scheiße, warum immer so viele? Was? 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 Witter Schwede. Wenn man es schafft, muss man es eher fünfmal sterben. Das ist eine dumme Taktik. Karte habe ich, glaube ich. Herr Lumpen könnten hier schon drin sein. Wer weiß, woher diese Zitel kommen. Was? Was? Oh. Älter Spiele. Das ist ein relativ kleines Spiel. Ich bin mal gespannt. Was ist denn da alles? Backsteine im Waschbecken. Warum kriege ich jetzt Munition? Eine Werkbank. Okay. Waffenhalter. Zweite Pistole. Langwaffe habe ich. Waist. Da muss ich es sein. Wir machen wöcht. Das wird uns helfen. War das alles? Gut. Dann habe ich doch viele Sachen machen können. Vielleicht kann ich ja jetzt noch was machen. Das ist doch ganz gut. Wunderbar. Wunderschön. Die Frage ist, muss ich jetzt hier lang? Da ist doch schon wieder komische Sachen. Es war mir klar, dass ich da lang muss. Das war mir klar, dass ich da langsamer, weil ich da langsamer, 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 langsamer. Was macht denn? Mal los da! Erwischt! Gut gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Hey! Hast du was gehört? Na kurz auf, okay? Die Frage ist, wo ist Ellie? Wo ist die Frage? Wo ist das denn, hier? Wo ist dieser Scheißtyp, verdammt? Shit! Es ist halt immer krass, dass sie unendlich Munition dabei haben, aber wenn du die Gegner killst, haben sie fast gar nichts dabei. Da frage ich mich auch immer, wie ist das möglich? Hier pimmeln noch so ein paar Wichslappen rum. Hast du das gehört? Ja, was war denn da? Scheiße! Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Komm schon! Oh verdammt! Ach verdammt. Es ist ein Rüben! Super! Da kann ich nichts machen. Rauchbomben kann ich herstellen, aber wozu? Um Zucker zu verbraten. Yay! Teile! So viele Flaschen, aber kein Tropfenalk. Wir müssen das erzählen. Wo sollst du sie da hinstellen? Ha ha ha! Errsinn. Oder? coffee. Speaking in. turned. Wih! Euhm! Neh! Schade. Warte mal, kann ich das kaputt hauen? Ach, schade. Ist ja langweilig. Ich dachte, ich könnte das kaputt machen, das Fenster in der Würde irgendwas liegen oder so. Tauschen wir mal. Für jeden Scheiß brauchst du Kling. Für viel zu viele Sachen. Und im Endeffekt gibt's sie da, äh, gibt's sie halt viel zu selten. Hab doch ein Messer! Mann. Den hab ich hier voll erwischt. Ja, allerdings Mir ist schlecht Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Das war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast Weißt du was? Nein Wie wär's mit Hey Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter Na dann geh doch Willst du mal nix sagen Aber eigentlich Hat Ellie recht Sei doch mal ein bisschen dankbar, Joel Sei nicht immer so ein Arsch Wenn du keinen Bock hast, kannst du ja auch selbst die Fresse wegpusten Sarah, take Dexter and... was Nevelis To your moms To your moms Punkt, Punkt, Punkt It's not safe here Don't worry, we take good care of her Sausäcke Gibt's hier irgendwas? Ne, ne? Schade Bleib da, okay? Klar, Joel Ich geh nirgendwo hin Also, okay Oh ne, ernsthaft Typisch Comic Typisch Comic Typisch Comic Gut, ist installiert Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wollen wir ein Ründchen? Handy hat's auch installiert Ich geh jetzt mit der Ellie hier runter, oder? Das mit der Passage eben hat mir mehr als genug Eigentlich mehr als genug Wir müssen wieder raus Die Brücke finden Du sag, wo's lang geht Ich hasse das Also die Passage eben, die war mir echt ein bisschen extrem Hat mir nicht wirklich gefallen Vor allem waren da auf einmal so viele und Boah, ne ey Und erst nach dem dritten Tode Nahkampfwaffe verbessert Ich glaub, hier geht's raus Aber da will ich noch was sammeln Wie voll Das Ist ekelhaft Munition sammeln Die ist aber voll Das gefällt mir nicht In so nem Spiel will ich keine Munition liegen lassen Würde ja sagen Lobby, aber Ja Ja Ja, ich will diesen Spielstand unbedingt überschreiben So, dann muss ich erst mal ein bisschen Platz machen hier Und dann muss ich erst mal ein bisschen Platz machen hier Und dann muss ich erst mal ein bisschen Platz machen hier Und dann muss ich erst mal ein bisschen Platz machen hier